Yo, was geht ab, Manni, Freunde? Ihr fragt euch sicher, was hat dieser YouTuber mit Rap-News und Rap-Talk zu tun? Ja, dann lebt ihr wahrscheinlich auf dem Mond. Der YouTuber Mois ist Musiker, Rapper, etc. pp. Mit seinem Jüngling, oder besser gesagt, mit seinem Partner Maestro Majestico, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, haben die beiden die sogenannte Keller GmbH gegründet. Und zwar will der Rapper, YouTuber Mois, auf jeden Fall auch in der Rap-Szene, sich ein wenig austoben. Er möchte ein eigenes Label gründen, oder hat besser gesagt schon ein Label gegründet. Und ja, er hat vor einigen Tagen die eine Million Abonnenten auf YouTube geknackt. Also das ist auf jeden Fall Respekt, meine lieben Freunde. In weniger als, ja, zwei Jahren, glaube ich, hat er mal erwähnt, hat er es geschafft, eine Million Abonnenten zu bekommen. Ja, immer wieder das Rumgelutsche bei einigen Rappern hat natürlich was gebracht. Du lieber Mois, ja. Also liebe Rapper hier da draußen, ja, pusht mal meinen Kanal, G-O-Double-G. Würde mich freuen, wenn ich auch mal in zwei Jahren eine Million Abonnenten knacke. Ich würde auf jeden Fall auch einige, du lachen, du verlieren, Folgen mit euch drehen oder softwaren eure Fresse. Das wäre natürlich richtig geil, meine lieben Freunde. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Und dann wird die G-O-Double-G vielleicht den ein oder anderen Ferro Ferrero ins Gesicht mit einer Knarre reinballern. Oder, ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat zu dem Rapper, YouTuber Mois, ja, dann würde ich auf jeden Fall mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und lasst es mich wissen mit einem Kommentar und dann wird es wahrscheinlich, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall noch mehr News über Mois geben, ja, der ja auch Rapper ist. Also man kann den jetzt schon auch als Rapper damit ansehen, ne. Ich glaube, ja, den kann man ins Portfolio oder definitiv. Ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut. Peace.